Okay, es ist eine Weile her. Wir sind zu 83% vorbereitet auf die Prüfung. Uns geht's ein bisschen beschissen, aber das macht nichts. Wir haben nicht sehr viel Wissen. Wir könnten hier Ratschlagen lernen. Wähle der menschliche Körper und lerne es. Das habe ich noch gar nicht hier. Äh, Naturwissenschaften. Boah. Vielleicht ist das auch bei Sport irgendwo. Das könnte sein. Naja. Tippe auf ein Teleport-Neuron, um einige zufällige Neuronen aufzudecken. Okay, das ist 9. Das wäre da oben. Hm, hm, hm. Wir würden wissen, um 25. Ah, die sind immer so ohne direkten Pfad. Das ist mega fies. Ne, egal. Na, gut. Hm, 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 hm. So, 120 schon wieder. Ja, ich würde halt schon gerne da nach oben hochkommen. Ich hoffe, ich komme soweit. Decke alle im Umkreis von 3 auf. Das ist gut. Dann kann ich nämlich hier direkt weitermachen. Decke 5 Neuronen auf der Karte auf. Okay, die habe ich denn aber noch nicht. Die sind dann nur aufgedeckt. Wow. Leck mich. So, ich hätte gern noch irgendwas Gutes. Irgendeinen Plus oder einen Ausgang oder sowas. Hm. Wenn ich jetzt den hier mache und den hier, dann kann ich genauso gut das machen. Komm schon. Irgendwas. Gib mir irgendwas. Leck mich. Ah. Okay, cool. Yay. Okay, ähm. 20. Vielleicht habe ich Glück. Ja. Ich habe noch 10. Der Ausgang wäre nice. Wow. Hast du das gesehen? Okay, ähm. Das Limit ein bisschen bringt mir jetzt nicht so viel direkt. Da wäre noch ein Ausgang. Wieder 40 Punkte mehr. Ja, komm. Mhm. Geht wieder aufwärts. Nach einem kurzen Laun. Sind wir wieder gut dabei? Kacke. Supi. Nice. Läuft. Wir sehen. Er ist mir ein bisschen wenig. Senkt die Kosten um 10%. Oh, nice. Erhöht Intelligenz. Ja, komm. Hm. Kacke. Na, shit. Ich dachte, da könnte noch einer dabei sein. Nun gut. Ähm. Was nehmen wir denn sonst noch? Gedächtnisse? Wie super. Intelligenz. Haben wir noch irgendwo Intelligenz? Ja, da. Okay. Naturwissenschaften. Schwerkraft. Ich würde sagen, wir nehmen das direkt, denn Humanbiologie ist doch safe, Naturwissenschaften. Familienfilmeabend. Familienfilmeabend. Ich schaute einen Dino-World-Film. Wuhu. Ich bin fucking elf. Ich sollte irgendwo mit meinen Kumpels rumhängen und Pott rauchen und nicht Dino-World-Filme gucken. Nachdem schon so viel passiert ist, geht er zurück zu seinen Eltern, obwohl da schon eine Triceratops-Hur-Herde. Obwohl da schon eine Triceratops-Herde lauert. So mutig. So ein Kind hätte ich auch gerne. Wow. Fick dich, Vater. Ich würde meine Eltern sterben lassen. Ja, komm. Ich würde wohl die Eltern sterben lassen. Was? Wie kannst du nur? Aber Dino ist gefährlich. Das ist keine Entschuldigung, du undankbares Balg. Die beiden Eltern fangen an zu lachen. Okay. Neue Erwartung. Erhöhte Empathie. Hoppla. Aber ich bin doch super empathisch. Nur ein bisschen Autist. Du bist ein gutes Kind. Bleibe so und versuche das später in die Welt zu tragen. Ja, und wie soll ich das machen? Einfach meine Empathie erhöhen? Um wie viel? 200! Habt ihr eigentlich euren verfickten Arsch auf? Okay, ich hole mir direkt ein Arcade-Ticket. Hatte ich nämlich... ...haben wir nämlich noch gar nichts gemacht. Yay! Neuer Ort ist aufgetaucht. Nice. Und wir haben sogar noch 300. Wir könnten uns ein Fahrrad leisten. Oder ein Ausflug nach Quackland. Eine Europa-Reise. Quackland ist schon geil. Okay, das pusht die Werte ziemlich hoch. Vor allem das hier. Ah, da könnten wir... 100, 200, 100, 200. Da hätten wir... Dann hätten wir das direkt voll, oder? Okay, ich mach das mal. Endet die Runde. Du kannst weder übrige Auktionspunkte ausgeben... ...noch Fertigkeiten oder Aktivitäten im Schulplan einplanen. Okay, dann warten wir damit noch. Wir haben schließlich... ...ähm... ...unser Game-Spiel-Ticket. ...ähm... 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 ...Brettspiele... ...Comics lesen... ...Geek-Store... ...ähm... ...Spiele spielen kann ich hier nicht, oder was? Computerkenntnisse... ...Wenn ich die Maus bewege, dann bewegt sich der kleine Pfeil. ...ähm... ...Yay... ...ähm... 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 ...ne, ich hab leider nichts gekriellt... ...Spielschatton... ...Wenn du ihn reibst... ...stärkt es seine Konzentration... ...Fünf auf Gehirnpunkte-Limit... ...ähm... ...das ist nicht schlecht... sieht dekorativ aus das kann ich nicht irgendwie zocken oder so also nicht zur entspannung das gibt mir einfach nur 100 der intelligenz 200 ja ich nehme das da hier jetzt kann ich hier computerkenntnisse üben ja gut wir gehen nachher ihr auf europa reise und dem herr loser da kommt nicht zufällig was dazu jetzt na gut wir beherrschen das bis zum comic lesen warum nicht ja ich kann comics lesen oh gott man sich sein gut das heißt wir können wieder geht das sind überall ausrufezeichen ich gehe da mal überall hin da ist schon mal nix spezielles hier könnte ich taschenspieler tricks werden und hier kochen und hier habe ich ein paar aktionen hier könnte ich skizzieren mode ok nein und im cineplex treffe ich auf luca cox einen halbwegs bekannten indie regisseur der seinen film atemlos auf der videos vorstellt also ich treffe ihn vermutlich nicht persönlich doch im anschluss gibt an der film gibt es nämlich eine fragerunde mit ihm der film war ziemlich gut wissen vorhersehbar aber naja ziemlich ok nach dem film erzählt der regisseur etwas über die filmindustrie und seine karriere und gibt ein paar radschläge aber wenn man in diesem job gut sein will muss man einfach einen richtig guten film machen boah und ich habe ein paar richtig gute filme gemacht bis auf meinen ersten film natürlich aber den wir niemals zu sehen bekommen hahaha einige leute im saal lachen und da es die internet generation ist haben ihn bereits 30 auf ihrem handy gefunden mit mir uns doch jetzt den fragen aus dem publikum du da ja du da was ist eine schlimmste erfahrung am set alle und das meine ich zur hälfte sogar ernst alles zu organisieren mit menschen arbeiten zu müssen selbst jetzt hier zu reden für mich ist das alles schwer jetzt fühlt sich an als würde ich bluten als würdet ihr meinen lebensfunken aus mir heraussaugen und erlöschen lassen man darf einfach nicht vergessen dass man immer das dass man immer gute aber auch schlechte erfahrungen machen wird man muss für sich selber wissen dass man es aus liebe zur sache tut also mein radschlag an all die jungen opfer unter euch fangt klein an machte viele vielschläge gefasst und lasst euch von niemandem einreden dass sie besser aufgeben solltet ein paar paar fragen später ist die fragerunde vorbei und ich bin nicht sehr viel schlauer das bin ich aber vielleicht nach unserer geilen europa reise katsching ich kann dann heute zwar keine hausaufgaben machen aber das ist ja nicht schlimm Errungenschaft freigeschaltet sightseeing das war toll auf dem weg zur schule siehst du jake aber er geht in die entgegengesetzte richtung jake wo willst du hin ich schwänze kommst du mit ja klar warum nicht du begleitest jake statt in die schule zu gehen du gehst mit jake in die arcade nice hey was läuft jay dog jake und mort geben sich einen seltsamen handschlag mort zieht dich an es geht kumpel nicht viel doch bestimmt mehr als das ihr verbringt ein paar stunden mit videospielen statt im unterrichtssitz ok programmieren und periodensystem also mit elf kann ich schon programmieren lernen erwartung erhöhte empathie erfüllt nice ähm wir haben noch eine runde dafür aus ja ok vergisst es das kriegen wir nicht mehr hin also scheiß drauf äh 38 wissen das ist so gut wie gar nichts programmieren habe ich schon wieder ein semikolon vergessen du siehst den informatik lehrer wieder an seinem üblichen spielautomat hey danke dass du mir letztens golfen hast habe ich mich überhaupt vorgestellt ja du heißt alter mann neil schneider wenn du mal fragen zu computern oder informatik hast bin ich dein ansprechpartner oh ich habe etwas über programmiersprache und codes gelesen aber was sind booleans das weiß ich zufällig das sind nämlich ich oh gott jetzt blamier ich mich gleich äh dingens das was der typ gleich sagt eine wahl mit zwei optionen ja genau das was ich gesagt habe naja das ist gar nicht so schwer wie es klingt du bist jung wir alten knacker sind es die mit sowas probleme kriegen nach ein paar jahren wirst du jung und alles viel besser beherrschen als ich das stimmt sein lächeln sieht auf einmal etwas traurig aus aber mit dieser bemerkung lässt er dich deinen eigenen spielen nachgehen ja das alter ok prüfungsbereitschaft sind wir sogar ein punkt besser geworden immerhin dann denke ich das da hier hätten wir bereits den ausgang den ich mir jetzt schon mal aufhalte zehn nochmals zehn das kann ich hier ein bisschen gas geben oh schau mal einer an fünfundzwanzig direkt drauf wir sind wieder bei 130 nice deckt vier neuronen auf ja komm das telefon wie lange klingelte das ist schon drei minuten naja also hätten wir das zumindest erledigt ok jetzt bin ich hier ein bisschen rausgeglitsch vorstellungskraft ich nehme mal das wissen mit gut wir nehmen den hier hier ist direkt nochmal rausgegangen ha so schalte ich mir frei hiermit fünfundzwanzig aber 15 auf alles naja das ist auch nicht mehr so viel wie auch schon hin nice mhm 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 Ja, vielleicht kann ich mich da hinten vorarbeiten. Ein bisschen was mitnehmen. Ja, das nicht. Das ist zu weit weg. Wie siehst du denn da aus? Hm, hm, nee, blöd, bug, kacke. Im Kreis von 4, das gönne ich mir. Okay, bing und bong. So, schon mal gut. Dann nehme ich den hier noch. Hm, naja. Und das war's. Ja, ja, das ist es gewesen. Okay. Dann gehen wir erst mal heim. Oder auch nicht. Mit einer Tasche voll Chips bewaffnet, betrittst du die Arcade. Deine Eltern shoppen im Laden nebenan. Außerdem bist du mit Wendy verabredet, die du im Sportunterricht kennengelernt hast. Ah, die Verkrüppelte. Oh nein. Okay. Sie und ihre Make-up-Effekte sind wie ein Rätsel, das dich neugierig gemacht hat. Hm. Du findest Wendy unheimlich glücklich an einem Ego-Shooter. Oh ja, Dämon, das hast du davon. Frisch saß. Ha, Loser. Hi, Mandy. Ich glaub, du hast gewonnen. Oh, hey, Daydream. Da bist du ja. Oh ja, ich habe gewonnen. Und ich wollte gerade mit meinen Brüdern ins Kino. Schon wieder nicht-jugendfreie Filme gucken? Das verwirrt dich, da ihr ja verabredet wart. Wer lässt hier seinen Gameboy liegen? Der ist doch in fünf Minuten weg. Oh. Willst du mitkommen? Komm. Ja, bin ich jetzt sauer oder sag ich... Da ist Geile wieder. Ey, sie ist nicht so geil. Die hat einige Makel. Und bei der Arm ist ja eigentlich schon cool. Irgendwie. Das ist nicht so eine... Nicht so eine beschissene, müchtige Handprothese, die nur so aussieht, als ob sie echt wäre. Sondern es sind halt zwei so Klauen. Das ist halt schon irgendwie geil. Äh... Es soll wohl darüber sein, dass sie geht. Ja, ja. Ich zeig der Alten, wo der Bartel den Most holt. Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich dachte, wir verbringen den Tag zusammen. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater wird davon erfahren. Ich wollte dir Bescheid sagen, aber ich habe deine Telefonnummer nicht. Das war für mich die beste Möglichkeit, in den neuen Freddy Film beizukommen. Oh. Freddy Film. Für mich aber nicht. Man, ich kann nicht glauben, dass du wirklich einfach abhauen willst. Oh. Oh. Du Armer muss es in der Stockade bleiben. Ich kann nicht mal die Hälfte dieser dämlichen Spiele spielen, weil man dafür zwei Hände und zwölf Finger braucht. Äh. Ich sage, dass sie aufhören soll. Du sagst die ganze Zeit, dass man dich nicht wie ein Baby behandeln soll. Benimmst dich aber wie eins. Und du musst dich auch nicht mit dem Mist herum ärgern, den ich hier ertragen muss. Das ist doch nicht meine Schuld. Oder bin ich jetzt auch Mist für dich? Hä? Du Schlampe. Jetzt vielleicht schon. Ciao. Ciao. Tschüss. Geh. Komm dich wieder. Krüppel. Baby. Äh. Ja, ich glaube, das haben wir ziemlich souverän gemeistert. Ich denke... Casanova kann sich noch einen Tipps bei uns holen. Wie könnten hier noch da Kissenfesten voll machen. Yay. Mit elf. Äh, und davon abgesehen, was können wir denn noch machen? Ein bisschen Geld verdienen. Ja, warum nicht? Ah, weil ich das schon kann, bekomme ich hier quasi... Zumindest hier die 15. Hier nicht das Maximum, aber hier die 15. sehen. Das ist cool. Das ist cool. Gut. Das macht doch Spaß. Das macht doch Spaß. Okay. Schlecht. Schlecht. Gut. Nice. Okay, cool. Schlecht. Schlecht. Ist derjenige, der das geschrieben hat, vielleicht, keine Ahnung, Nachrichtenschreiber beim ZDF? Schlecht. Du entdeckst eine Ecke, in der Wendy alleine sitzt und in einem Horrormagazin blättert. Ah, Mann. Mit deinem faden Schulessen gehst du zu dem Freendtisch. Du bist nicht gerade erfreut, Wendy nach den vermasselten Treffen in der Starcade zu sehen. Peinlich. Äh, siehst du hier jemand? Wendy legt ihr Horrormagazin weg. Sie hält ihren Haken hoch wie einen erhobenen Zeigefinger.